Nach dem Schreck in der Morgenszunde muss man sich auch wieder stärken und dann wird gewogen und dann wird die Wurmkur gemacht. So, die guckt dir das an du. Die sind heute Morgen, oder? Die kleine Inga noch nicht so richtig wieder. Na lass doch, Inga wartet ab und dann geht sie noch mal wieder an die Schüssel. Inga. Es gibt nichts mehr. Sorry, sorry. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht doch gut aus. Nö, nö, nö. Die Inge muss noch ein kleines bisschen. Aber das ist ja fein. Nun guck, das bisschen nicht mehr. Das passt nicht mehr rein. Das passt nicht mehr rein. Dann kommt hier einer von euch hier. Wenig ist schon da. Die ist auch nicht weit weg. Ein feines. Aber sowas von... ... ...